Hallo Leute, die Stadtkreuzamtlich. Ja heute, äh gestern, gestern Entschuldigung, gestern äh, waren wir in einem Tierplatz und das war sehr sehr interessant und da ist auch ein äh, da war auch ein Motoropera da gewesen und hatte den Trick, sag mal. Ja, mega geil, hat, hat, war sehr interessant, da waren auch noch andere Sachen, aber das wollte ich nicht zeigen, oder wollte ich nicht zeigen, war das zu doll, ja, war das zu doll. Und ich hoffe euch, hat, oder ihr habt auf Weihnachten gut überstanden und so wird auch. Und ja, jedenfalls hat er, war der Zirkus richtig interessant, hat Spaß gemacht, hat er erzählt in meiner Video. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, macht mir gerne am Schluss einen Daumen hoch. Und ihr könnt mich gerne bei YouTube weiterhin abonnieren. Und ich sag mal, bis die nächsten Tage, es werden jetzt wieder Video kommen, aber ich muss warten, bis das besser, bis das besser geht. Dann kann ich wieder mit der Kawasaki fahren, eine Runde und dann geht's wieder aufwählen. Und ja, das wollte ich euch nochmal mitteilen. Mir wird ganz gut. Und zwar ist ein bisschen langweilig, aber ansonsten geht's mir gut. Und zwar ist es ein bisschen langweilig, aber es ist ein bisschen langweilig. Und zwar ist es ein bisschen langweilig. Das ist ein bisschen langweilig, sondern wird sehr gut. Geh! Applaus 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 Applaus